Ein überaus verlockender Spielplatz, aber ich glaube ganz einfach, dass Lisa das besser kann als ich. Nein, ich gebe es auf. Das muss schon Charlie machen. Oh je 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 je. Ich glaube, ich lasse das Bärte machen. Der kann es nämlich nicht gut. Arbeitsplatz Ken Taylor. Leute, er ist wieder dabei. Und zwar in der besten Form, die ich von ihm kenne. Könnt euch freuen. Das ist bestimmt JB. Wer singt hier? Ist nicht Karl Karten, oder? JB. Oh ja, einmal, einmal Rockstar zu sein wie Peter Keller. Der spielt auch hier mit Charles Verlust. Ganz cool. Ihr könnt euch freuen.